Die Radwege, die beschildert waren oder in unserer App gezeigt wurden, gleichen, ich weiß nicht, nicht mal einem deutschen Feldweg. Ich war nicht mal eine Stunde unterwegs, aber heute finde ich es irgendwie extrem anstrengend. Es stürmte auf einmal und regnete richtig los und wir sind richtig nass geworden. Meine Pedalen knacksen die ganze Zeit beim Fahren. Es ist ein bisschen nervig. Mit dem Fahrrad bis an die Ostsee. Das war unsere Mission im Sommer 2022. Wie weit wir es wirklich schaffen würden, wussten wir nicht. Circa 1200 Kilometer haben mein Verlobter und ich zurückgelegt. Das ist unsere Reise. So, kurzes Update. Wir sind gerade in Eisenhüttenstadt, haben hier in der Pension geschlafen. Wir sind gestern knapp 100 Kilometer gefahren. War auch sehr, sehr anstrengend. Heute müssen wir eigentlich wieder 100 schaffen, weil die Unterkünfte so blöd gelegen sind, dass wir da sonst übermorgen eine größere Etappe machen müssen. Deshalb müssen wir heute auch die 100 knacken. Dann haben wir morgen wieder 100. Sonst wären es morgen, glaube ich, 130. Das ist ein bisschen arg viel. Die gestrige Etappe führte auch zum größten Teil oben auf dem Damm lang. Vorbei an ganz vielen Wiesen und mit ganz vielen Schafen. Total süß. Ja, was nur sehr blöd im Moment ist, ist, dass die Oder wahrscheinlich vergiftet wurde oder irgendwas und da ganz viele Tote oder alles gestorben ist, was in der Oder ist. Ja, mal sehen, wie viel wir davon mitkriegen. Jeden Morgen die gleiche Routine. Supermarkt aufsuchen, ausstatten, losfahren. Heute wollen wir uns irgendeinen Platz an der Oder suchen, wo wir gemütlich essen. Aber so gemütlich auch nicht, weil wir schon Zeitdruck haben. Weil wir im Idealfall bis 18 Uhr auf dem Campingplatz ankommen sollten, damit die uns noch ein Stromkabel geben können. Aber gut, wenn wir es nicht schaffen, dann rufe ich an. Dann können die uns bestimmt irgendwo eins rauslegen. Das geht ja zur Not auch. Duschen sind nämlich frei. Da brauche ich jetzt keine Special-Karte oder so. War nämlich vorgestern so. Da sind wir auch nach den Öffnungszeiten von der Retention auf dem Campingplatz angekommen. Und die Duschen, dafür braucht man so eine Karte. Die hatten wir dann natürlich nicht. Ich habe dann einfach bei den Damen, jeweils zwei Damen, einmal am Abend, einmal am Morgen gefragt, auf die mich mit reinnehmen. Lost Place. Alte Fabrik. Kuschelalarm bei den Schafen. Und weiter ging es durch die Einöde Brandenburgs. Nie endende Wiesen, Schafsweiden und die Oder rechts von uns. Entweder fuhren wir auf dem Damm oder daneben. Frankfurt-Oder fanden wir jetzt nicht sonderlich sehenswert, daher fuhren wir auch schnell wieder raus. An diesem Abend haben wir auf einem Campingplatz geschlafen, der endlich mal direkt am Weg lag. Unser heutiger Campingplatz, beziehungsweise Gestrick auf heute, ist irgendwie im Ameisenparadies. Es ist alles voller Ameisen. Im Zelt waren auch heute noch einige. Hallo, Tag 3 müsste es sein in Brandenburg. Wir sind jetzt gerade mal nicht mal eine Stunde unterwegs. Aber heute finde ich es irgendwie extrem anstrengend. Die Sonne ist erwarmungslos. Wir fahren oberhalb von dem Deich die ganze Zeit lang. Seit, ja, ist dann heute der dritte Tag. Kein Schatten, kein Wald, nichts. Das geht jetzt auch noch mal, ja, 100, 120, 130 Kilometer so weiter. Ähm, unser Campingplatz ist noch, ja, 75 Kilometer entfernt. Ich hoffe, wir schaffen es bis dahin. Tourne hat Rückenschmerzen und mein Arsch tut weh. Gut, das lässt sich natürlich nicht vermeiden auf so einer Tour. Das Ding ist, wir haben auch noch nicht wirklich gefrühstückt, weil hier auf weit und breit keine Supermärkte oder Bäckereien oder irgendwas in der Nähe sind. Dann muss ich noch, ich glaube, 25 Kilometer durchhalten. Dann kommt mein Supermarkt. Ich weiß nicht, ob man das mit der GoPro hört, aber ich gehe mal stark davon aus, meine Pedalen knacksen die ganze Zeit beim Fahren. Das ist ein bisschen nervig. Dieses Stück war wirklich sehr, sehr schön. Was hier noch so friedlich aussieht, wird bald umschwenken. Da hinten war es schon kommen zu sehen, das Unwetter. Immer wieder kamen wir an diese fahrbaren Zäune, die wir öffnen und schließen mussten. Unser erster richtiger Regen auf der Tour und er sollte auch heute nicht mehr aufhören. Noch dazu waren wir sehr spät dran und würden auf jeden Fall erst im Dunkeln auf dem Campingplatz ankommen. Die Vorstellung, im Regen unser Lager aufzuschlagen, war nicht so verlockend. Und so buchten wir für diese Nacht spontan ein Privatzimmer. Der Mann staunte nicht schlecht, als wir abends um 21 Uhr pitschnass bei ihm ankamen. Wir sind in Wolin angekommen und wie sind wir auf einmal hierin gekommen? Wir haben gestern nicht ganz die Etappe geschafft, die wir eigentlich schaffen wollten. Dadurch hat das alles ein bisschen verzögert. Es kam nämlich auf einmal ein Schlagregen und wir kamen auch sehr spät los, da Toren Rückenschmerzen hatte und wir gar nicht wussten, ob und wie weit wir kommen. Dann wären es 100 Kilometer gewesen, soweit kamen wir nicht ganz. Ein Ort vorher glaube ich sind wir gelandet und dann wären es noch, ich glaube dann wäre 120 die heutige Etappe gewesen. Und das ist einfach zu weit gewesen für unsere Akkus und Toren hat auch immer noch Rückenschmerzen und mein Hintern tut auch noch gewaltig weh. Dann haben wir überlegt, was wir machen. Eine Zwischenstation machen wäre auch in Ordnung gewesen. Allerdings war es dann mit Unterkünften wieder ziemlich schwierig und heute Abend soll es auch wieder gewittern und regnen. Und dann haben wir geguckt, was wir machen können und sind in Stettin in den Zug gestiegen und nach Varnovo gefahren. Das ist hier ein Ort auf Wolin. Und jetzt fahren wir gleich noch die letzten Kilometer nach Wieselka, da haben wir eine Hütte gemietet. Und da bleiben wir fünf Nächte und waren nochmal ein bisschen entspannen. Toren drücken sich erholen, mein Arsch muss sich erholen und dann können wir nächste Woche Mittwoch weiter starten. Ja, hier die Gegend kennen wir schon, die ist ja sehr schön. Hier gibt es im Nationalpark, ich bin gerade mittendrin. Unser Ort ist ein Kilometer vom Meer weg, also können wir auch sehr schnell am Meer sein. Und da wir die E-Bikes haben, können wir ja auch da schnell mal mit den E-Bikes hinkruisen. Während dem Film musste ich von Toren weg gehen, weil der mich als abgelenkt hat. Der hat hinter der Kamera Grimassen gemacht. Das hat mich so abgelenkt, weil ich die ganze Zeit aus dem Konzept so, dass ich jetzt ein Stück weg von ihm laufen musste, um filmen zu können. Da vorne ist er. Ich bin schon überall in meiner Kette dran gekommen. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich bin auch ein bisschen dreckig. Aber als wir uns in den Zug gequetscht haben, sind wir glaube ich überall dran gekommen. Das ist super fein. Die letzten Kilometer bis zur Unterkunft. Wir haben bis Mittwoch eine Unterkunft gebucht. Eine kleine Holzhütte. Mit Veranda. Und jetzt wollten wir so schnell wie möglich noch das Meer sehen, bevor es komplett dunkel wurde. Die sandigen und wurzeligen Wege waren allerdings nicht gerade fahrradtauglich. Und es war gar keine gute Idee, mit den Fahrrädern durch den tiefen Sand zu fahren. Der Sand hing überall in der Kette und es war viel Arbeit, den wieder heraus zu bekommen. In den nächsten Tagen waren wir nur noch zu Fuß im Nationalpark unterwegs. Hier ein paar Eindrücke der entspannten Tage dort. Wir hatten viele Male den Strand für uns alleine und tolle Sonnenuntergänge. In Zittau hat dann für uns der Oder-Neiße-Radweg begonnen. Die Sächsische Schweiz, ja, wisst ihr wahrscheinlich, ist total schön und total schönes Wandergebiet und auch Radfahrgebiet. Wobei ich Wandern eher bevorzugen würde, weil da halt diese ganzen tollen Felsen sind und man kommt da mit dem Rad natürlich nicht hoch. Man kann da unten zwar einen schönen Weg fahren, aber dadurch, dass in der Sächsischen Schweiz zu der Zeit, als wir durch sind, noch Waldbrände waren, mussten wir einen Weg fahren, der eigentlich nicht geplant war. Die Polizei hat uns dann einmal gesagt, wo wir langfahren sollten, haben wir dann auch gemacht. Dann ging es nach Zittau, wie gesagt, da sind wir auf den Oder-Neiße-Weg gefahren. Der Oder-Neiße-Weg ist sehr, sehr gut ausgeschildert. Die Radverhältnisse bzw. die Wegverhältnisse sind auch sehr gut. Landschaftlich auch sehr schön, also ich mag allgemein Gewässer sehr gerne. Was nur sehr blöd war, durch Algen hat sich das Salz vermehrt und die Fische sind gestorben. Und das haben wir gemerkt, indem wir öfters verdorbenen Fisch gerochen haben, wenn wir vorbeigefahren sind. Das ist natürlich nicht so schön gewesen. Ansonsten, landschaftlich fand ich sehr schön, aber teils auch ein bisschen öde, sag ich mal. Drei Tage durch Brandenburg, durch immer die gleichen Landschaften, durch die prallende Sonne war schon teilweise sehr anstrengend. Dann kam aber ein richtig krasser Wechsel und es stürmte auf einmal und regnete richtig los und wir sind richtig nass geworden. Oder bzw. ich trotz Regensachen, die ich eigentlich dachte, wären gut und haben 20.000er Wassersäule gehabt, aber hat nicht gereicht oder war nicht gut genug. Mal gucken. Also auf dem Oder-Neiße-Radweg gibt es auch Pensionen und Hotels und so. Die gehen auch preislich noch, also ab 50 Euro bekommt man eine Pension oder Hotelzimmer. Die Campingplätze sind alle recht weit entfernt, sodass man schon ein bisschen planen muss, wie weit man ungefähr schafft an dem Tag. Weil wenn man das sehr spontan macht, kann es sein, dass man dann Probleme hat, irgendwie noch eine Unterkunft zu finden. Deshalb haben wir meistens am Abend davor geguckt oder zwei Tage am Abend davor geguckt, wie sehen so unsere ein bis zwei nächsten Tage aus und die Unterkünfte aus und was schaffen wir und wie weit kommen wir. Dass wir ja auf jeden Fall eine Unterkunft haben bzw. einen Campingplatz. Oft haben die auch nur bis 18 Uhr die Rezeption und wir haben es meistens irgendwie immer erst gegen elf oder zwölf losgeschafft, sodass ich dann angerufen habe, gefragt habe, wie lange ist jemand an der Rezeption. Einmal sind wir auch später hingekommen und da war der Mann mal so nett und hat gemeint, weil wir noch nicht dieses Adapter-Stromkabel haben, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Er hat uns dann zum Beispiel ein Kabel rausgelegt und hat mir beschrieben, wo unser Zeltplatz ist, sodass wir da noch hin können. Ja, von Stettin sind wir dann wie gesagt zur Insel Wohlin gefahren. In Polen gibt es keine guten Radwege bzw. bis auf die Insel Wohlin. Die Radwege, die beschildert waren oder in unserer App gezeigt wurden, gleichen, ich weiß nicht, nicht mal einem deutschen Feldweg. Also ein Huppel folgt dem nächsten. Wir konnten da mit maximal 10 kmh durchfahren. Es war wirklich überhaupt nicht angenehm. Ja, wie es im Rest von Polen aussieht, weiß ich jetzt nicht. Aber bis auf die Insel Wohlin war eine Katastrophe, viel Landstraße. Allerdings muss ich sagen, dass die Polen sehr, sehr rücksichtsvoll mit Radfahrern umgehen. Wir wurden sehr oft vorgelassen. Uns wurde die Vorfahrt gegeben, obwohl wir sie nicht hatten. Also das habe ich so in Deutschland auf keinen Fall erlebt. Da waren die Polen sehr, sehr rücksichtsvoll. Das fand ich richtig cool. Und was natürlich unser Glück ist, in Polen sind die Unterkünfte günstiger. Und wir haben dann fünf Tage im Bungalow verbracht. Ich habe 38 Euro die Nacht bezahlt. Ja, da waren wir ein paar Tage am Strand, sind durch den Nationalpark gewandert, haben uns da ein bisschen gut gehen lassen. Bis dahin haben wir auch, ich glaube, 660 km oder so hatten wir bis dahin. Bin nur so eine Woche durchgefahren. Circa, ja, war sehr angenehm. Da einfach mal ein paar Tage zu pausieren und die Zeit am Strand zu genießen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.